Musik Ja, liebe Zuschauer, Sie haben an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich eine andere Sendung erwartet, aber wir müssen unser aktuelles Programm mit der Breaking News unterbrechen, denn es gibt Neuigkeiten und die möchten wir Ihnen natürlich aktuell und sofort mitteilen. Es geht um ein sehr begehrtes Produkt momentan, eine Handyuhr, eine Smartwatch und vielleicht haben Sie ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, sich diese zu kaufen. Ja, dann bitte schnell in die Leitung gehen, weil wir haben die allerletzten Stückzahlen. Die ist fast ausverkauft, dieses wunderschöne Modell und die nächste Lieferung kommt dann erst irgendwann im Dezember. Wir wissen nicht mal genau wann, deshalb bitte, wenn Sie die jetzt noch haben möchten, die allerletzten Stückzahlen dann jetzt schnell noch bestellen. Und ich weiß, viele, viele haben das schon vorgemerkt, oh, könnten wir bestellen, dann machen Sie es jetzt, genau jetzt. Dann sind Sie bei dieser Lieferung noch dabei und sind dann auf der sicheren Seite. Und es ist eine Handyuhr der Extraklasse, weil das so viele Geräte ineinander vereint, dass man diesen Preis eigentlich gar nicht für möglich hält. 28,41 Euro. Es ist eine wirklich schicke Uhr. Es ist ein Fitnessarmband. Es ist eine Kamera. Es ist eine Freisprecheinrichtung. Und wenn ich es per Bluetooth auch noch mit meinem Smartphone verbinde, dann ist es auch eine Smartwatch, weil dann bekomme ich auch alle Anrufe von meinem Smartphone direkt weitergeleitet auf das Handgelenk. Ich bekomme die Push-Nachrichten von E-Mail, von WhatsApp, von Instagram, von Facebook, von, ach, was es noch so alles gibt und das alles auf dem Handgelenk. Gleichzeitig kann ich natürlich auch, wenn ich dementsprechend eine SD-Karte eingelegt habe, eine Mikro-SD-Karte, auch hier gerne die Fotos, die ich geschossen habe, jederzeit auch anschauen natürlich und per Bluetooth dann auch wieder übertragen. Hin und her, alles möglich. Da sehen wir den Schrittzähler, also das Fitnessarmband. Sie sehen unglaublich viele Optionen. Und das Ganze bei bester Qualität. Erstens mal beste Sprachqualität. Dann haben wir hier eine unglaublich schicke Uhr, bei der ich auch das Display einfach durch berühren, ändern kann. Und wenn du sie mal auf die Seite drehst erst mal, dann sehen wir, das ist Vollmetall hier, das Gehäuse. Ein sehr angenehm zu tragenes Armband. Auch die Akkulaufzeit ist hervorragend. Vier Stunden Dauertelefonieren sind hier möglich. Und im normalen Betrieb, also bis zu zwei Tage hier Standby. Also das ist einfach außergewöhnlich für diesen Preis. Und wir wissen alle Smartwatches, von denen haben wir alle schon mal gehört. Normalerweise haben sie alles eins gemeinsam. Sie sind nicht bezahlbar. Das können Sie jetzt streichen. Die sind bezahlbar und im Moment noch lieferbar für 28,41 Euro. Ich glaube, das gibt wirklich leuchtende Augen, auch unterm Weihnachtsbaum, weil so eine Smartwatch dürfte ziemlich weit oben auf vielen Wunschzetteln stehen. Und wer die eben ganz sicher haben will, der muss sie jetzt ran ans Telefon. Und Sie sehen ja den Preis, 28,41 Euro. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die hier bei uns so stark nachgefragt worden ist bisher. Warum die jetzt schon fast ausverkauft ist. Sie sehen hier nochmal Schrittzähler. Ganz, ganz toll. Hier die Kamerafunktion, wenn ich da draufgehe, dann ist hier oben die Kamera verbaut, die sofort angeht, wo Sie die Fotos auch schießen können. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät, das Sie hier haben. Einfach zu bedienen, auch für Einsteiger. 28,41 Euro für so eine tolle Smartwatch bzw. Handyuhr hier. Greifen Sie dazu die allerletzten Stückzahlen, die wir hier haben. Und wir schauen auch mal auf die Presse. Die hat sich hier auch geäußert. Und da sehen wir das O2, Ralf. Richtig. Und die SIM-Valley überrascht. Das Gerät ist nicht nur eine vollwertige Smartwatch, sondern bietet einen SIM-Kartenschacht zum Telefonieren. Den haben viele Konkurrenzmodelle wie die Apple Watch nicht. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet sich aktuell wohl bei keiner anderen Smartwatch. Das Ganze von O2 und die wissen, wovon sie schreiben. Und die haben noch viel gar nicht erwähnt. Die eigenständige Kamera, die drin ist, das Fitnessarmband, Stoppuhr, Kalender und so weiter und so fort. Fernbedienung der Musiksteuerung, Freisprecheinrichtung, was wir hier haben. Also sind Sie schnell. Rufen Sie jetzt an, bevor Sie sagen, oh, jetzt habe ich keins mehr bekommen. Jetzt ist noch die Möglichkeit. 28,41 Euro der TV-Sonderpreis für Sie. Die Bestellnummer, die PX 3914 und die 569. Sie dürfen selbstverständlich auch gleich zwei oder drei bestellen oder mehrere, solange der Vorrat reicht. Wir sind aber leider auf den allerletzten Stückzahlen. Deshalb jetzt für Sie nochmal die Breaking News. Bevor die komplett ausverkauft ist, sichern Sie sich Ihre tolle Handy-Uhr-Smartwatch.